Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Custom Showcase. Diesmal geht es hier um meinen Showcase Commander Neo. Also dieses Video muss halt etwas kürzer sein, dann zeige ich es jetzt einfach nur mal so mit dem Untergang. Also Dreck und sowas. Und hier am Gesicht, also ich kenne seine Nummer nicht auswendig und ich konnte es ja auch nicht so klein hinschreiben. Daher habe ich sie mit Punkten gemacht. Weil Neo hat ja so unter der Wange, ich glaube sogar übers Auge drüber seine Nummer tätowiert. Also Barg, irgendwas. Ja, also ich hoffe er gefällt euch. Er ist auch in meiner Custom Contest Einsendung dabei. Wo man 10 Customs einsenden darf. Und ich habe hier und die 3 hier ausgesucht. Minimo kann man auch dazu bauen. Und ja. Das war's von meiner Seite auf und ciao. So. So.